Die Frage ist eine Verspätungsinformation. Redjet 162 nach Zürich-Hauptbahnhof über Völkirch-Uxerganz. Dann er fährt 15 Uhr vom Bahnsteig 2. Ist wegen einer strecksten Unterbrechung vor 80 Minuten verspätet. Ladies and Gentlemen, Redjet 162 to Zürich Main Station. Schedule Departure 15 o'clock. Es ist etwa 80 Minuten später. Das gibt die Tape in zwei Stunden später. Dann kann ich es wieder dabei. Zürich! Sollte WDR mediagroup GmbH 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 Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Rundfunk Sollte Aufgrund eines Lawinenabgangs entfällt ÖBB Intercity Zug 860 St. Anton Amarlberg von Wien nach Spregen, Planabfahrt 14.016 vom Bahnsteig 2. Dieser Zug wird im Schienenersatzverkehr zwischen Landeck und Bregenz geführt. Ob die Busse zum Bahnhof Spohrplatz kommen können aufgrund der Straßensperre ist ungewiss.